Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Freelancer. Ich bin's wieder, euer Black. Wir haben endlich Professor Quintain gefunden und sind jetzt dabei, nach Leeds zu fliegen. Mit Professor Quintain und einer netten Escorte, die er uns aufgeschwatzt hat. Ich denke mal, die werden wir auch brauchen. Legen wir mal los. Station Kloris, Quintain, ich fliege diesen gepanzerten Transporter. Er ist langsam, fasst aber die ganze Ausrüstung, die ich brauche. Wir haben wohl Glück. Das Sprungloch nach Leeds ist momentan phasengleich. Wir sollten es sicher passieren können. Ich lade die Koordinaten hoch. Mr. Trent, Sie fliegen vor. Alles klar, hier gibt's die Sprungloch. Ich möchte mich also auf Leeds treffen, diesem Schandfleck unserer Kultur. Na gut. Achso, Leeds ist doch der dreckig, der Planer ist von allen. Ähm, ja, wenn ich gewusst hätte, dass es hier ein Sprungloch gibt, hätten wir nicht den ganzen Weg. Ah, verdammt. Deres und Wallis, schütz Quintain. Mr. Trent, pusten wir die Corvette weg. Ich mach erstmal den hier, bevor ich den mit der Corvette anfange. Der war quasi schön im Fokus. Wir haben einen ihrer Jäger. Ja, hab ich ja gedacht. So. Oh, das ist doch, wie schießen, aber... Ach stimmt, ich konnte nicht nachtanken. Flucht. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen defensiver loszugehen. Äh... Dammisch. Verdammisch. Ja, 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 schieß doch mal auf jemand anders. Schieß doch endlich mal auf jemand anders, die haben nicht immer auf mich. Am wenigsten haben wir die Corvette aufwischt. Hier schon mal was leert. Die Corvette ist weg. Den nächsten Jäger ans Visieren. Wir können gewinnen. Ja, das hatte ich mir jetzt auch bald gedacht. Erledigt. Meine Reisetriebwerke sind wieder online. Wir müssen hier weg. Ne, warte, lass uns den noch fattig machen hier. Ja, ja. Bärbel von Götz. Ne, Götz. Bandit wurde mein Gewicht. Der letzte Jäger ist erledigt. Das war knapp. Nicht sie weg hier, Mr. Trent. Sie übernehmen die Führung. Puh. Warum konnte... Ich hasse es immer, wenn ich nicht meine Schildbaderien wieder auffüllen kann. Ich habe auch nicht so viele. Die sind immer so schnell alle. Aber dass es einen Hinterhalt gibt, ne, damit habe ich auch gerechnet. Wäre ja auch schlimm gewesen, wenn nicht. Das wäre ja viel zu langweilig. Da ist das Sprungloch. Verdammt. Feindliche Schiffe springen herein. Sie haben uns gesehen. Verdammt. Ich muss jetzt nicht ausrechen. Tut mir leid. Äh. Okay, weiter geht's. Nein, mein Schild. Verdammt. Mein Schild, mein Schild, mein Schild. Was schau die? Jejejeje. Die Blutzen. Die Blutzen. Die Blutzen. Die Blutzen. Oh je jeje. Es hat uns erwischt. Wir sind voll im Arsch. Na gut. Sicherung geladen. Wie es so darstellt. Sie sind tot. nächstes mal läuft es hoffentlich besser das hoffe ich jetzt auch gerade oder können wir doch kaufen wir können sagt mir das doch na gut du bist das jetzt haben wir die einige erinnert die schießen erstmal der täterpolminen sind ich eh kaum brauchen wir nicht ja noch mal alles was haben wir hier rampart schild schildskapatite 490 okay wir behalten unseren optimierter schild immer noch nicht 1200 1600 wir sind immer noch besser na gut behalten wir unser zeug und das nur noch ein paar schützschild batterien dazu davon ein paar und jetzt sollte das deutlich besser gehen hihihi Jaja, das kenn ich alles schon. Sinclair möchte mich also auf Leeds treffen, diesem Schandfleck unserer Kultur? Na gut. So. Ah, das haben wir alles schon. Das ist dein Hinterhalt! Vielleicht kommt der Hinterhalt, muss ich's doch... Bin getroffen! Reisetriebwerke ausgefallen! Geriz und Wallis, Schütz für Zane. Mr. Trent, pusten wir die Corvette weg. Ach, wie vorhin? Äh... Jetzt mach ich mir jetzt mal einen kleinen Jäger hier. Boah, ich auch wieder dich mal. Naja, das ist ein großer Zahl. So. 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 Aber jetzt können wir die mal auffüllen Hahaha, treff doch, treff doch, schieß doch, schieß doch Wir treffen hier tatsächlich Ja, 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 ich muss noch Ich werde verfolgt Ich sehe einen vor mir, eröffne das Feuer Okay Die Koppels haben wir erledigt So, jetzt, äh, ja, ich stelle mich irgendwie dämlicher an als die Sache in der letzten Runde Wir haben schon wieder keine Schutzschildbatterien mehr Wo uns sind wir soweit das Kommune Das machen wir so einfach alle Ah, wieder typisch Ja, vielleicht können wir hier noch was haben Nein, aber nicht Ja, wir machen nur noch den Heini da fertig Wieder mal Die Sigrid diesmal Komm her, Sigrid Dauert nicht lang Verwend bitte nicht alle deine Schutzschildbatterien Die kannst du nicht gebrauchen Der letzte Jäger ist erledigt Das war knapp Nicht sie weg hier, Mr. Trent Sie übernehmen die Führung Ja, das war mir so klar Okay Nächster Versuch Gleich müssen die anderen wiederkommen Schauen wir mal Da ist der Sprungloch Verdammt Feindliche Schiffe springen herein Sie haben uns gesehen Ich stehe schon wieder auf mich Ich stehe schon wieder auf mich zuerst Warum stehe ich immer auf mich zuerst Aber nicht Kontakt mit euch Gut, aber wenn ich das überlegt mal Meine Schilder Nicht immer auf meine Schilder Verdammt Stammig Ja, ne, ich auch Geh ich auch Ich muss erst mal mich decken, Dunger FDP, dass ihr kein Schilder Wenn ich die Ros Thermale Eine weniger Dass wir nicht an Quintain herkommen Deine Ich bin St dismutren Ich bin Die Schilder Was Für dich Wir sehen Die Musik die Böyle Oh, ist das anstrengend So, den haben wir Das ist wieder ausfüllen Uiuiui, das ist wieder Witzpult, willst du mich verarschen? Eine von Ihnen ist mir auf den Fersen Zwei, drei Bom, erledigt Puh, geschafft Genau, denn Wo ist das Loch? Jetzt aber schnell, bevor noch andere durchkommen Oh doch, ich habe wieder zwei Schutzschutzbatterien Aber dafür sind jetzt meine Nanobots Sie docken zuerst an, wir folgen Ihnen dann Ja, mache ich ja gerade Ja, sprunglicher sind, etwas insicherer an der Reise Sieht man ja, wir sind schief eingestiegen Aber Hauptsache, wir kommen gerade raus So, wir sind im Handumdrehen auf Planet Jeans, Professor Wir sollten jetzt sicher sein Dann mal wieder zurück auf festen Boden Mr. Trent, Sie haben die Koordinaten nach Leeds Fliegen Sie vor Jo, mache ich Puh Endlich, endlich wieder in heimischer Liga Ich hoffe, wir werden hier noch mal Ja, ich habe hier noch ein paar Jahre nicht gesehen Vor einer Weile schickte sie mir eine Nachricht über einen Fund auf Pilger Endlich ein Damenquash-Artefakt, das noch aktiv ist Das muss ich einfach sehen Da im Kursch-Artefakt werde ich hier die ganze Zeit verfolgt Und, äh, äh, muss in meinem Leben bekämpfen Äh, und, ja, der will es einfach sehen Na cool Und kann er haben Nö, der Scheiß So, da sind wir ja schon fast Quatsch Orbison, kehren Sie um Bis später Wir sehen uns auf dem Planeten, Mr. Trent Sie zuerst Jo, danke Für den Geleitschutz War doch mal gar nicht mal so schlecht Bestätigt, Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt Sie dürfen jetzt zum Landepunkt Ja, ich habe kurz nochmal abgebrochen Denn, wisst ihr was Das machen wir einfach in der nächsten Folge Und dann seht ihr, wie es weitergeht Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaut habt Bis dann, tschüüüüü